Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ähm... Wie ihr seht, wir sind jetzt hier. Ich wollte noch gerne die beiden Pinsel-Pigmente holen. Da wollte ich ja mal gucken, dass ich irgendwie von dieser Seite irgendwie... ...auf die Berge raufkomme. Wir müssen ja da irgendwie auf die andere Seite. Wir waren ja schon gut dabei, ne? Theoretisch irgendwie vielleicht von hier so rauf. Das sieht so aus, als würde das gehen. Ähm... Ja, wir müssten mal schauen. Ich würde mir einfach mal hier einen Pinsel hinpacken. Dann laufen wir da erstmal mal hin. Und dann... Weil ich glaube, so... Ich muss ja, ob ich jetzt so nochmal raufkomme. Also ganz nach oben komme ich auf jeden Fall nicht, glaube ich nicht. Mal gucken, wie weit sie klettern kann. Okay, wo bin ich jetzt? Hier. Vielleicht kommen wir ja doch hier so. Aber ich glaube nicht, dass wir hier hochkommen. Weil es sieht ja auch wieder nach einer sehr steilenden Wand aus. Vielleicht aber so... Na, müssen wir mal gucken. Wir probieren es einfach mal. Die sieht halt noch sehr steil aus. Das sieht nicht sehr... Sieht halt... Ah, doch, warte mal her. Nicht hier nicht gestorben, irgendwie so? War das was? Schau mal. Ah, okay, okay. Sind wir hier so hoch? Wo sind wir jetzt? Hier. Okay, weil da sind immer noch Steine, wo man sich ranhängen kann. Hier wahrscheinlich auch. Ja. 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 Dann, ich habe hier. Mal schauen. Das sieht nicht schlecht aus. Wo war es nicht zu früh, Logan? Aber ich kann mir vorstellen, dass wir hier nochmal hinfledern müssen, weil das so prädestiniert dafür ist. Okay. Wieso sind hier so viele für hier? Ich habe Bock zu falten. Jetzt krieg ich. Dein Laserbeam da. Kannst du mal bei dir behalten, du scheiß Wächter. Wow. Wasp Koglazer, aus dem Legacy. Wasp Koglazer. Woa, was war das denn? Oh, da war's ab. Oh, da war's ab, da war's ab, da war's ab, da war's ab. Oh, da war's ab. Aber haben sie ja ganz gut gemeistert. Oh, guck doch mal den Himmel an, ey. Wahnsinn. Also da ist der Donner. Ding. Mehr kann ich nicht tragen. Was ist denn noch da alles? Aha. Moment. Modifikation. Welche kann ich dann verkaufen? Was? Dich machen wir weg. Dich machen wir weg. Ah, Dich machen wir weg. Dich machen wir weg. Und Dich. Und Dich. Ah, da war noch ein Blauer. Ah, da war noch ein Blauer. So. Das ist alles Geld. Das muss man alles mitnehmen. So. Das ist alles. Süßer. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir wollen ja hier irgendwie hin. Da gucken wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Das ist auf jeden Fall ein Weg. Die Frage ist nur, oh. Wird da hochkommen? Oder ob das Banane ist. Wisst ihr, was ich meine? Lassen wir mal ausprobieren. Das bringt ja nichts, nur zu gucken. Oh, meine. Das ist ja nicht mehr. Super. So, kommen wir hoch. Dann gab es ja hier diesen D. Okay. Wahrscheinlich greife ich das alles schon vor, wieder mal. Wie immer. Ich kann meine... Eigentlich kann ich fast gar nichts mehr spüren. Weil doch... So, was ist das? Hier bist du. Das ist da der eine an. Und den da. Das ist wieder weiter runter. Das ist wieder weiter. Gucken wir mal. Oh. Mach mal vorsichtig. Vorsichtig. Nicht ganz so schnell runter. Nur ein bisschen. Danke. Da ist ein... Das hat wehgetan. Nein, 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 nein. Du blöfst aber schon drauf. Okay. Geschafft. Langsam, langsam. Oh, ein bisschen schneller kann es schon gehen. Nur nicht zu schnell. Genau deswegen nicht. Ah, es sieht aus, als ob ich hier auf jeden Fall nochmal hinkomme. Ab sein. Tüüü. Deswegen wollte ich mich da jetzt nicht groß umgucken. Weil wir kommen jetzt auf jeden Fall nochmal hin. Das sehe ich hier schon. Okay. So. oh sind wir hier im kreis? ja ich bin schon im kreis das muss sicherlich noch machen ich bin ja gerade mitten im kreis das heißt hier irgendwo muss diese pigmentierung sehen also durch den Tunnel habe ich den jetzt gerade nicht gesehen das ist nilandes weil das nilandes da oben wird es das ja wohl nicht sein von daher sind wir gerade gekommen oh doch voll daran vorbeigelaufen okay schreit mich nicht so an meine Lieben ja gut am Sammeln sind wir auf jeden Fall schon so wollen wir das auch machen? weil dann haben wir das auf jeden Fall so ne das heißt ich bin ein Fohl ich hasse das hin und her zu laufen und dann reg ich mich wieder wenn ich die Quest mache auch von wegen hier war ich doch schon naja ich bin komisch ich weiß aber Leute das macht mich sympathisch oder? ne wir müssen einmal um den Berg herum ne auf den Berg rauf das ist oben drauf und dann müssen wir wieder runter ich hab dich voll erwischt Ziege und du läufst trotzdem weg was läufst du weg? du witz Ziege alter ich krieg ihn noch du Mistvieh was passiert wenn man einfach wegläuft ha rauf runter rauf runter Leute wer sind die Könige wenn sie rauf runter laufen wir könnten auch wir könnten auch ne andersrum ne andersrum tot tot oh ne ich lebe noch haha oh du gehst da du ja auch anscheinlich gehts noch an besser anders aber egal so aaaah wir kommen wir kommen den Berg immer näher man kann nie zu gut vorbereiten wir sind auf jeden Fall im Kreis das letzte könnte halt auch schon hier sein ne da oben glaube ich nicht da oben glaube ich nicht was geht der? ne dann weg wir können ja mal da hingehen mal gucken wo wir sind ne das wird's nicht sein da oben könnte es höchstens sein da oben könnte es höchstens sein da oben könnte es höchstens sein das aber wahrscheinlich nur zum runter und nicht zum rauf oh doch zum rauf nö das ist nur ein Bug kann ich da weiter raufklettern ne ne hier ist es nicht ooooh ooooh ich bin der Körnicht der Welt uuuuh so irgendwo hier oder doch weiter unten das ist halt die Frage uff ich bin wundern dass sie sich noch nicht gebrochen hat jetzt auch noch Kreis ach ich noch hin tut mir leid so hier ist es hier noch da bin ich auch noch da bin ich auch noch da bin ich auch noch da bin ich hier Grenze ne ja das bin ich hier Grenze da bin ich schon wieder das raus da bin ich raus okay ganz komisch Das kann natürlich sein, ne? Das ist dann doch bei der unten. Wow. Hier sehe ich halt auch nirgendwo. Die Maschine ist schnell. Die Maschine ist schnell. Die Maschine ist schnell. Hier sind wir auch noch im Kreis. Aber ich sehe einfach keinen Fragmenter hier. Blauglanz. Ah, da. Da hinten. Da hinten. Wir hätten gerne nach oben müssen. So. Suchen wir die. Das weiß man immer erst hinterher. Nicht? Blauglanz. Das ist ein besseres Zuhause. Oh. Machen wir. Ja. Schicke Waffen und Ausrüstung kaufen. Hehehe. Auf der anderen Seite drüben. Sehr gut. Dann haben wir noch den direkt. Okay. Oh, okay. 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 Ah, ich schürfe mir alles auf. Nö, finde ich nicht. Was sind wir drinnen? Da, wenn das ja ein Stein ist, muss man ja so Richtung Steine. Mal gucken, ob wir hier was... Kalt. Sehr kalt. Eindeutig. Kalt? Meinst du? Ich dachte, das wäre warm. Da. Ne, das ist die Zige. Wieso ist die Lila? Wieso ist die Lila? Ja, da ist ja kein Gründerfall. Hier ist nichts. So ein Grund gehen, warum man hier so rein kann. Bin noch im Kreis? Ja, ich bin noch im Kreis. Ich bin noch sehr weit im Kreis. Ich bin noch in der Mitte vom Kreis. Also ist das jetzt irgendein Schneesturm? Ist ja ekelhaft. Ist hier eine Zige? Oh, hilf! Ja, meine Forelle gefahren. Ich bin noch immer wieder. Ja, ja, ja. Ja, war noch im Kreis. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da. Das ist das Pigment. Da ist das Pigment. Wir haben es gefunden. Sehr gut. Rollt mich. Zwei Pigmente fehlen noch. Cool. Keine Sorge, die hole ich jetzt nicht. Oder? Nein, die hole ich jetzt nicht. Langsam reicht es auch. Dann gehen wir zur Tierfigur. Weiß nicht, die vielen Pigmente hole ich, glaube ich, sonst mal auf. Äh, das ist, glaube ich, auch recht zu viel gesammelt. Und vielleicht kommen wir ja auch in den Gegend, glaube ich, mit der Quest. Also, ups. Sagt der Kleider, dass wir da nicht weiterkommen. Ach, hier seid ihr über Maschinen. Boah. Boah. Ich bin nur an euch vorbeigegangen. Und was macht ihr? Ihr greift mich an, die blöden Säcke. Boah. Kommt der jetzt hier auch runter? Ein Moment, bitte. Soll ich mir meine Tür geklingelt? Ich würde sonst sagen, ich würde die Folge beenden. Es ist gerade ein ganz blöder Cut. Aber, äh, muss sie jetzt gerade sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr euch diese Folge verstanden habt, dann lasst ein Like da und ein Abo. Ich würde mich freuen. Und wir hören uns auf jeden Fall. Nächstes Mal. Bis dann. Bis dann.